Hallo und herzlich willkommen in meiner Chaos-Küche, die eigentlich gar nicht so chaotisch ist, aber ich bin dafür ziemlich chaotisch. Hi! Vor dem Hinsetzen wäre halt auch cool, die Sachen zu holen, die man braucht, gell? Der Tisch ist auch nicht besser. Hi, Julie hier. Gerade gestern habe ich den Tipp bekommen, ich soll nicht immer alles so perfekt machen wollen, aber ich würde gerne alles so perfekt machen. Es ist halt wirklich unnötig. Und jetzt habe ich extra den anderen Tisch genommen, damit es nicht so wackelt, weil der andere Tisch da hinten nämlich voll der Wackeler ist. Und jetzt wackelt der genauso. Egal. Dieses Thema würde ich gerne so ein bisserle auf dieses Thema. Und wenn ich das anschaue, wird dann einfach so nicht gefallen. Hi! Diese Woche würde ich gerne in dem Thema Nachhaltigkeit halten.